So, 2002 Doom Odyssey Episode 3, Level 3, let's go. So, dann wollen wir mal gucken, was wir uns auf Level. So. Oh, nice. Oh. Oh Gott. Ups. Wir haben nur gerade ein paar Fehler. Wir sollten einfach erstmal so im Kreis, ne? Doch. Oh. Okay. Das sieht schon ruhiger aus. Mal speichern. Au. Böger Bubi. Da ist noch zu, okay. Ne, da sind keine M's mehr. Hier sind noch M's. Fein gemacht. Noch einer. Läuft doch. So oder so, ich hab mich von der Frontkreise vorgestellt. Oh, das ist nur noch welche. Was ist hier los? So. Da kommt die Kano-Demon. Da kommt doch ein Pinky. Oh Gott, da sind noch einige. Also wir haben gleich ein Stück von vorne. Muah. Alter. Schön hängen geblieben einmal. Äh, da... War da hier ein Pinky? Ach, hier war ich jetzt hier. So. Da kommt. Alle raus? Alle raus. Wow. Schon wieder hängen geblieben hier. Ah, fast alle raus. Kann man den Pinky treffen? Der nervt mich. Mann. Ja, endlich. Mann. Was du schenkst du gerade? Ich hab keine Ahnung. Alter. Ich hab... Jawoll. Perfekt. Hm, genau so mag ich das. Der ist schon angriffen, Polonese. Und die weg ist schon. Und die weg ist schon. Na gut, wir wollen hier nicht noch länger rumdudeln. Äh, dudeln. Ich schau dir mal langsam auf hier. Dankeschön. Oh, ich hab jetzt nachgeladen, ne? Scheiße. Das war unklug. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich die Kinder für diesen 20er Dinger einsammelte. Das sind 75. Eine ganze Menge. Was ist denn der eben da? Da ist ruhig. Komponente ist auch ruhig. Oh. Nein. Ach Mann, ich hab's doch gewusst. Einmal nicht achten sah und ich hab nicht gespeichert. Einmal nicht achten sah und ich hab nicht gespeichert. Oh, ich hab schon wieder nachgeladen. Nein. Das Roller-Filter muss ich ja sowieso nachladen. Habe bloß meinen am Magazin. Warum kommst du nicht nach vorne? Versteh ich grad nicht. Ah ja. Oh, ey, da. Oh. Oh, ey, da. Das ist ja aber auch gar nichts. Goddammit. Oh. Oh. Oh, ey, da. Oh. Oh. Danke, wow, achso, jetzt kann ich, so, Nummer 1, fuck, komm ich gar nicht drauf, oha, hallo, danke, was, oh my god, was, das ist ein zweiter, 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 Was ist das? Was ist das? Kann das sein, dass immer alle auf einem Spot festhängen? Die bewegen sich zwar immer hin und her, aber wirklich auf der Fläche bewegen sich nicht. Was ist das? 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 Das war schon fast klar. Was ist das? Was ist das? Ach fuck. Was ist das? Nicht getroffen? Wieso reagieren die nicht? Was ist das? Was? Was ist das? 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 gerade wo ich die karte die man erledigen wollte könnte euch mal einig werden nein da geht die waffe weg wetten doch nicht gerade so gestoßen oder nehmen ich habe nichts mehr das war scheinbar ich will ranzoom also hier anlegen ist das schon und naja kann man ja nicht sondern stattdessen hat man ja bei sekundär feier dass man hier handgranaten also granaten schießt wir haben einen relativ sicheren sportfilter gerade auf weil da ist ja geil hier bei dem level kann es richtig schön taktisch vorgehen ich dachte gerade hier geht auf das war kathos kann Wow. I don't like it. Wow. Boah, Alter. Ja, davon mal grün in der Abschluss, Alter. Einmal direkt fast weggeflankt hier. Halt, nehme ich mal auf mich mit, der nutze ich noch nicht. Und Herz. Wie doch nicht, ich dachte schon. Ah. Na gut. Okay. Gott, wie sieht die hier aus? Haha, sehr süß. Oh lol, von daher können wir ja hier echt von Glück reden, dass die alle schon voll rausgekommen sind. Vielleicht das wäre hier echt nur zur Tour gewesen. Gucken wir mal, wo wirklich alle raus sind. Scheint aber so. Ich stelle da alle raus. Lol. Gefällt mir. Gut, wir haben ungefähr einen guten Drittel der Gegner mittlerweile weg. Alleine durch, äh, ordentliches und sachgerechtes Spielen. Oh, das war ein bisschen unternehmen. Ah, gefällt mir. Was? Wieso geht das nicht wieder auf? Bitte geht zu. Oh, dachte schon. Hä? Okay, ich erkläre mal drin zu sein. Sehr nett. Hoffentlich bleibt die Map auch so schön und nicht, dass ich da nie doch wieder um irgendwelche Monster rein sporen. Das wäre echt schade. Boah, Alter. Boah. Boahu. Boah. Boah. Okay, jetzt geht die Tür. Mist. Hey, ach du, ich komme hier nicht drüber. Oh Mann. Oh, ich stehe jetzt nicht. Ja. Holy moly, what the fuck. Nein, 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 mach doch was denn. Lala. Na, la, la. Gut, in dem Raum müssen wir hoffentlich nichts mehr machen, ich werde den Garantäen nicht erledigen. Nein, ich könnte das schon alleine machen. Also ne, ich werde dieses Speicherstand jetzt hochladen und dann könnt ihr es alleine machen. Spaß. Ne, aber nein. Ah, nein, also könnt ihr nicht, könnt ihr, könnt ihr, könnt ihr vergessen, dass ich mich jetzt mit dem Anleger. Aha. Okay. Also, es gibt auf jeden Fall doch ein paar Tricks hier. Ich muss mich doch gewappnet machen. Habe ich was gesagt? Wobei, die fallen gehen noch. Schlimmer ist, wenn sich irgendwelche Fischereien teleportieren. Oh. Ach so. Fuck. Die Leiche. Ist ja hässlich. Na komm, geht noch. Das ist noch akzeptabel. Das kann man verkraften. Ist das ein Secret? Ah, schau mal an. There is a fucking Secret. Ach, der gelbe Key. Hä, das habe ich jetzt noch drauf gesagt. Ach so, aber nur ein Health Pack, ne? Ja. Okay. Ach, ich bin doch hier ganz am Anfang. Gott. Äh, nee, doch nicht. Ich bin nur in die falsche Richtung gekommen. Da muss ich hin. Oder? Nee. Wo war ich denn jetzt gerade? War ich hier drin? Oh Gott, Alter. Ja doch, genau. Hier. Okay. Na gut. Andererseits, hier gibt es ja nichts mehr. Die Munition kann ich ja gerade nicht gebrauchen und bin ja gerade zum Glück voll. Gut, da kommt der nächste Raum ran. Das wäre dann der hier. Hä? Ach so. Ist doch nice. So, das gefällt mir. Aber gut, ich kann ihn auch noch mitnehmen. Passt denn genau? Gut, okay. Das heißt also, wir haben schon relativ, oh, einen Großteil der Map, obwohl da ist noch die rote Tür, da kann auch noch eine ganze Menge hinter sein. Weil eben, wir haben noch zwei Drittel der Gegner haben wir noch vor uns. Also, fertig sind wir noch lange nicht. Sag mir erst, wie alt du bist. Okay. Ja, verstehe. Nee, äh, halt. Erstmal eins nach dem anderen. Und hier waren wir noch gar nicht fertig. Wir müssen, da hinten müssen wir noch rein und hier müssen wir noch da rein. Immer schön eins nach dem anderen. Ach, hier geht's ja gar nicht rein. Nee. Der ist blau. Da können wir noch nicht rein. Gut, dann gehen wir mal in die andere Leite. Ja. Fuck. Die Lost Souls, Alter. Hoffentlich gibt's davon nicht allzu viele mehr mit. Und das sind echt Strategie-Killer. Habt ihr denn da hinten? Wir müssen die Lava? Ich will aber nicht in die Lava. Wobei, warum eigentlich? Es macht überhaupt keinen Sinn da rein zu gehen. Ach so, jetzt brauchen wir mal wieder hochgehen. Kann das sein? Was machen die hier alle? Okay. Ja, kann natürlich voll was hier. Was haben die überhaupt aufgesammelt? Ach, das Ding haben wir aufgesammelt. Nee. Ich hatte, komm, ich hatte mal 5 dicken. Gut, wir haben gelben Key, dann gehen wir doch erstmal da hinten rein. Schmeiß mich hier gleich sowas von weg. Du da. Her komm, her komm, her komm. Dankeschön. Hier erstmal schon eine 20er-Schachtel verschwenden, Alter. Na, soweit kommt's aber noch hier. So. Ab ins nächste Gebiet. Das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Was hab ich denn grad aufgesammelt? Das Ding da, oder was? Da ist jetzt so viele Sachen achten muss, Alter. Hier gibt's verschiedene Munition rum, die man wahrscheinlich noch gebrauchen würden, und ich verschwende einfach alles, weil ich aufsammel, was von meinem dran ist. Oh, da gewirbte Optik hier. Nein, das gefällt mir. Oha, ach, das war der Bereich, doch, ja, jetzt kommen wir da unten lang. Na gut, dann versuche ich einfach mal, ja eben, man will nicht mal anwendungsfall für unsere Granaten. Oh, da hier erstmal austropfende Leichen, alter, oh, ich würde so ein Silo auffangen und den erstmal, hm, ah, ich glaube, ich werde nicht weiter. Ist ja ekelhaft. Okay. Hallihallo, guck doch, was ich feine habe. Hallihallo, guck doch, was ich feine habe. Hallihallo. Ich wollte gerade fragen, wo die tot sind. So viele Granaten habe ich auch wieder nicht. Drei Stück, äh, fünf Stück habe ich verbraucht. Oh nein. Okay, okay, ganz klassisch. Wo kommen wir hier hin? Aha, gut. Da haben wir doch den Weg frei. Ist er wieder oben? Okay. Da gehen wir mal ganz klassisch vor. Geronimo. Fuck. Doch aufgesammelt. Egal, in der Hoffnung, dass ich da nie wieder landen muss, ist es trotzdem scheiße. Egal, komm. Das wird so blöd. Also, wir haben schon mal zwei Keys. Das geht schon mal. Ah, klappt noch mal hier auch. Wettliches Schaden. Nee, kein Schaden. Sehr schön. Ja, siehst du doch. Ah, so ist da. Wow. 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 Was zur Hölle? Eigentlich habt ihr sich selber abgeschossen. Und nicht mich. Hat das funktioniert? Bin ich jetzt sicher? Oder bin ich die Blöde scheiße? Ich komme manchmal raus. Hoffentlich war das sicher. Jetzt bin ich gleich am Arsch. Ich bin nach Arsch. Okay. 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 Ich warte nur, bis diese komischen roten Bücher rauskommt, weil so klingt das nämlich. Allerdings haben wir auch Plasma. Wo denn? Aha. War doch klapp. Kommst du mal her, oder was? Oh. Okay. Damit kann man auch leben. Ach nee, ja, irgendwann bin ich noch raus. Wir müssen da lang. Wir haben jetzt schon alle drei Keys, obwohl wir gerade mal die Hälfte der Gegend umgebracht haben. Macht das Sinn? Oder kommt am Ende ein großer Showdown? Oh Gott, bitte nicht. Oh nein, bitte nicht. Wo bin ich? Ich bin in der Mitte. Okay. Also jetzt kriege ich gerade irgendwie doch ein bisschen Angst. Wir haben, bei Gelb waren wir drinne. Da ist noch ein Secret. Fällt mir gerade auf. Gut, da gehen wir da gleich nochmal ran. Bei Rot waren wir drinne, Blau haben wir auch. Bei Blau ist aber nochmal ein Haus. Äh, Haus. Eine Tier, das heißt, da müssen wir dann auch nochmal, vor allen Dingen müssen wir aber jetzt, äh, bei Rot können wir da hinten noch, wäre jetzt fein. Hm, ich hole mir erstmal nochmal ein Secret. Kann das kommen? Oh, das war klar, das war klar, das war klar. Leid, ich bin drauf am Arsch. You're fucked. Wenn du mich versuchst, ich bin hier, ja. Das wollte ich hier auch. Nein. Es kriegt das, wenn ich hier auch spawnen. Ach, da unten. Vielleicht war das ja nicht der sicherste Punkt, weil hier muss ich runterschießen. Und, äh, ja, das geht ja schwer. Ja. Mann, Alter. Wer spottet die die ganze Zeit? Vor allem wo? Ich sag's doch, jetzt gibt's einen großen Showdown. Das war's. Ach, Mann, Alter. Ich sag's doch, das war ein scheiß Platz. Wir dürfen da definitiv nicht hinrennen, sondern wir müssen irgendwo rennen, wo wir freie Schussfeld haben. Und wo wir auf einer Höhe sind, das wär das da zum Beispiel. Also jetzt patte ich gerade aus. Und dann kann ich von da aus relativ gut schießen. Das Problem ist, ich weiß noch nicht, wo die ganzen Flücher spawnen wollen. Rein ballistisch gesehen wäre da ein guter Punkt. Die Frage ist mir, wenn da auch welche spawnen, dann bin ich am Arsch. Ich probier's erstmal hier und, äh, wenn da auch welche spawnen sollten, dann probieren wir's da oben. Okay. Bye, bye. Noch spawnier keine. Nicht der hier, kämpft. Kampffähig ist das hier sehr gut geeignet. Außer es kommen zu viele Shotgunner mit einmal, aber ich hoffe mal, dass das ja nicht der Fall ist. Wow. Ach, ja, ich hätte erstmal die Einzelabfertigung. Vielleicht soll ich das mal herlaufen. Da ist einer. Ich sag's, er wird hier drinnen, wenn ich zu spawnen, in den Augen, dann war's das aber, ne? Ja, jetzt hab ich nicht so rum, Junge. Ich glaub, gefälligst leise. Du irritierst mich. Geh nach Hause. Hier ist das deine Papi. Oder deine Mami. So, jetzt kommt auch wieder ein paar. Okay. Okay. Na ja, hast du ja wohl so gedacht, ne? Nur weil ich speichere, bin ich noch lange nicht abgelegt, Junge. Ich hab bei der Yakuza gelernt. Es ist langsam ruhig hier. Heißt also, ich hab langsam so die Hälfte, oder... Weiß nicht die Hälfte. Ähm, Großteil weg. Ah, das wird immer ruhiger. Ja, ist ruhig. Okay, geh mal in... Oh, äh, nein. So, hier rein. Und jetzt ist es sichern. Okay. Gut. Äh, wir werden mal Waffen einsammeln hier. Meine Siegesbeute. So. Jetzt wollen immer noch welche. Ich glaub, dass ich wieder... ...eins hat immer noch welche spawnen. Ja, komm her. Die Frage ist, wie lange muss ich jetzt warten? Ah, da ist noch einer. Mit der Uzi. Die ist das Uzi. Oh, jetzt ist der wieder ruhig. Die Frage ist, wie lange? Das ist doch scheiße. Ich hasse es, wenn die Leute rein spawnen. Das macht das Ganze so unübersichtlich und so unplanbar. Weil keiner weiß, wer wie wann wo rein spawnen. Außer die, die die mitentwickelt haben. Oder die, die die mit schon mal gespielt haben. Wollte noch mehr. Mann, das war doch klar. Das ist doch sowas von klar. Ich muss mal auf den Kill-Counter da gucken, ob es mehr werden. Oder ob ich tatsächlich... Also, ob jetzt bei den 323, die zahlten sich auch mit UMA erhöht. Nein, erhöht sie sich nicht. Das heißt, das sind wirklich Original-Spieler. Also, wenn ich hier einfach nur einander aufwarte, dann sind überall alle tot. Komm, ich kann nicht mehr die hier wissen. So viel Munition wie mittlerweile von der rumliegt. Macht das, denke ich, Sinn. Na, komm, Leute. Das Problem ist, ich weiß genau, wenn ich jetzt aufhöre zu warten und loslaufe, spawn garantiert wieder welche. Ich hasse so eine Situation. Gut, okay, also nochmal... Also, wie gesagt, da hinten ist noch was Blaues. Und ansonsten... Es ist rechts von uns was Rotes. Ich würde erstmal ins Blaue gehen. Macht das Sinn? Ja, doch, macht Sinn. Genau. Wir haben erst die rote Karte bekommen und dann haben wir die blaue Karte bekommen. So gesehen würde es tatsächlich nicht Sinn machen, erst ins rote zu gehen. Aber so wie ich weiß, es ist halt die Tür noch... Ja, da ist noch zu. Und kriegen wir auch nicht auf. Wir können... Wir müssen also jetzt ins Blaue gehen. Außerdem war da hinten gerade das Exit. Von daher... Ist das sowieso noch nicht für uns geeignet gedacht. Hä? Ach, wie ist es? Alles klar, das ist ja bloß ein Schalter. Ja. Boah! Wann sind die denn reingespawnt? Gerade eben wahrscheinlich, ne? Wetten, ich wusste es genau. Man kann hier... Äh, der spawniert wieder in eine rote Arschlöcher rein. Nicht runterfallen. Obwohl, wieso eigentlich nicht? Alter, hat das Gewehr ne Wummer, Alter. Das ist ja schlimm. Was für ne... Power einfach. Gucken wir uns noch mehr, oder war es das jetzt? Jetzt kam nur zwei. Wollt ihr mich verarscht? Jetzt hab ich ein Gewehr ausgesammelt. Leckt mich doch. Ich geh ja rein. Macht was er wollt, bitches. Halt die Tür. Da wird ich rein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Was? Wie a-fuck? Boah, Alter, man kann's übertreiben. Ja, man kann's auch übertreiben. Wollte ich grad noch angemerkt haben, ne? Also ich mein jetzt nicht, dass das heißen soll, dass wir Trima haben, aber... Sie können ja mal drüber nachdenken. Ja, da kommt halt. Hab mir noch ne Rechnung mit ein paar Kacken, die mir hier zu... Wo läuft denn der jetzt so? Hallo? Nein. Das war genau der Falter. Ja. Aber das ist tatsächlich relativ easy, wenn man nicht hängen bleibt. Aber es ist trotzdem scheiße. Leckt mich am Arsch. Ihr wisst genau, was ich meine hier. Kleine Bisse, Alter. Wie die hier einfach Friedefeuer Eierkuchen die Eierschaukele, Alter. Ich soll hier... Ah ja, erstmal hier schon Munition sammeln wieder, ne? Mittlerweile kann man ja hier ordentlich wat... Nein, dann nicht. Vor allem, ich weiß auch nicht, ob wir da wieder rauskommen. Weil wenn wir da wieder rauskommen, äh, nee, da wieder rauskommen. Weil wenn ja, dann könnte ich doch ordentlich Munition verballern, weil wir haben ja hier ordentlich Munition. Aber so wie das aussieht, ist das wieder so ein One-Way-Ding. Dann kommen wir nicht mehr raus. Aber ganz ehrlich, ich bin mittlerweile doch gewillt, dass wenn das so ist, wir uns einfach mit dem Snowclip wieder rausbewegen, weil das ist doch Bullshit. Oder wie gesagt, wir drücken einfach schnell die vier Schalter und gehen dann einfach direkt ins Ziel. Was suche ich jetzt gerade? Munition. Ey, ich finde aber keine. Na gut. In einem Betrachtessen, dass wir eh gleich ins Ziel gehen. Ah, sonst, wir gehen gleich ins Ziel. Äh, Mann, Alter, wo müssen wir denn hin? Da. Da. Gott, ist das hier verwinkelt. Ach, siehst du, da war noch mal ein Schalter. Ha! Bespüß! Danke. Danke. Oh, ich bin schon voll. Oh. Jetzt ist bei uns hier gar keiner? Wollte mich eigentlich gerade verarschen, ist die wirklich komplett random, oder was? Das könnte ja eure Großmutter erzählen. Nein, falsch. Okay. Wir müssen mal ausvaluieren, welcher die Beste ist. Am besten anfangenderweise hier, ja genau, hier vorne. Ah, keine Sorgen. Es sind einfach so viele, das macht keinen Sinn. Okay, komm. Okay. 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 Das war's. 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 Das war's.